Hier kommt man gut durch. Da ist noch ein Doktor, wollte ich gerade sagen, ein Verkäufer. Den brauche ich aber nicht. Wir nehmen den nächsten Auftrag an. Die Horta. War sie jemals unvorsichtig? Also bitte. Arnaud. Hilfe, Hilfe! So helft mir doch! Rück das Pulver raus! Was sollen wir tun, Michel? Könnte ich diese Wache nur in die Finger kriegen? Herrliche Feier. Ihr habt euch selbst übertroffen. Merci. Und nun entschuldigt mich. Ich muss meinen Mann sprechen. Da hat er das Fenster zugemacht. Also gut. Marie Levesque eliminieren. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Es gibt drei Fundstücke, neun Alarmglocken, 47 Zugänge und 60 Wachen. Gudi. Da vorne können wir für eine Gelegenheit sorgen. Thomas Levesque retten. Und kein Alarm auslösen. Ablenkungsgelegenheit gibt es auch. Ich mach es dir nicht unnötig schwer, alter Mann. Auf dem Spieß! Sei ruhig. Du verschwindest mir bitte auch. Perfekt. So, ich sollte dich verteidigen. Merci, Michel. Seid ihr wohl auch? Immer gerne. Alles gut. Wenn ihr für meinen Schutz habt, verspreche ich euch ein großes Spektakel. Es liegt mir fern, einen Künstler in Not zu ignorieren. Wir sind fast da. Hier sind überall Halunken. Ja, komm. So, schön. Kannst weiterfahren. Na, ich will hoffen, dass das die letzten waren. Überfahre mich jetzt nicht. Medizin. Ah, sehr schön. Dann ist die Medizin wieder voll. Den Händler verteidigen. Abgeschlossen. Vielen Dank, mein Freund. Ich wünschte, ich könnte euch angemessen entlohnen. Nicht nötig. Diese Ablenkung ist schon mehr als genug. Was war das? Okay, Ablenkung durch Feuerwerk sichergestellt. Dann das nächste, die Unterstützungsgelegenheit. Wir sollen ihn befreien. Schloss knacken oder Schlüssel stehlen. Thomas Lebeck retten. Sind hier auch noch irgendwelche Leute? Na, da hinten. Da ist noch eine Alarmglocke. Der muss sterben. Sehr gut. Perfekt. Jetzt können wir runter. Glückwunsch, sie haben den Rang Elite-Soldat erreicht. Räuchte eigentlich neue Phantom-Klingen. Die sind ganz praktisch, die Dinger. Die Triche voll. Na, wie schön. Da gehen wir mal ein bisschen langsamer. Ruhe hier. Okay. Wir müssen irgendwie nach unten kommen. Los, wo ist hier eine Treppe? Ich sehe hier weit und breit keine. Gibt es hier vielleicht irgendwo eine? Wahrscheinlich eher nicht. Ich hätte gern den da. Genau den. So, schön. Na, wollen wir kämpfen? Ich finde das äußerst amüsant. Muss nämlich ein paar Leute befreien, weißt du? Wer bist du denn? So, die Glocke muss weg. Jetzt können die Leute rein. Ich muss sehen, wie ich hier zu Rande komme. Da vorne stehen Leute. Euch muss ich befreien. Oder ich stehle einfach den Schlüssel. Die Phantom-Klingen können mir helfen. So, schön. Oh, oh, oh. Machen ganz schön Hammer-Schaden. Kommt mal mit. So ist gut. Oh nein. Nicht ernsthaft. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe das Feuerwerk noch. Ich war so gut. Ja, das Feuerwerk existiert noch. Und da drüben muss ich rein. Oh, wir haben so viele Leute fertig gemacht. Dass das nicht geklappt hat, ärgert mich jetzt. Du bist schuld. Ah, hier drüben nicht noch einer. Äh, die sind alle drin. Wenn ich den da abschieße, sehen die mich? Da komme ich gar nicht ran. Komm her. Ich bin ja. So, weg mit dir. Und da muss ich erstmal den Schlüsselbart suchen. Oh, der kommt hier gerade her. Also nicht der Schlüsselwart, aber der da. Okay, da hinten sollen noch welche rumlaufen. Das ist aber nur der. Okay. Wo ist jetzt der Schlüsselwart? Wo ist der? Der läuft wahrscheinlich ganz woanders rum. Komm schon. Ich kämpfe wie eine Maus. Perfekt. Gut, wieder raus. Aber das war nicht der Schlüsselwart. Ich brauche den Schlüsselwart. Ach, geht noch gar nicht, weil ich erst wieder mit denen sprechen muss. Na gut. Na, du auch noch? Ja. Okay, Schloss knacken oder Schlüssel stehlen. Ich möchte gerne beide erwischen. Beide auf einmal wäre der absolute Hit. Huch, was ist denn da nur passiert? Uh-oh. Uh-oh. Okay. 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 So, schön. Einfach Ruhe. Muss jetzt kurz mal sabotieren. Sehr gut. Dann plündern wir dich. Vielleicht kriege ich noch neue Medizin. Und dann stillen wir den Schlüssel. Danke. Perfekt. Ihr seid frei. Ihr auch. Jetzt müssen wir irgendwie noch an den beiden da vorbei. Außer bei euch willst. Oh. Die kümmern sich um die Gefangenen. Das ist perfekt. Dann kann ich hier alles weitere aufmachen. So. Ein noch. Dann frei uns. Ja, ja. Ich will ja, aber ich kann irgendwie nicht. Ach, jetzt. Los, los. Geschafft. Aufgabe abgeschlossen. Okay. Gefängnisausbruch eingeleitet. Na, kommt. Ich lass mich nicht mehr so einfach kaputt machen. Na, komm. Los, stirb. Es wurde Alarm ausgelöst. Das ist aber nicht schlimm. Komm schon. Stirb einfach. Was ist das denn? Ach, Dreck. Weg. Okay, aber das wurde schon mal eingeleitet. Die Gefangenen sind frei. Soll ich natürlich noch Thomas retten. Du bist ruhig. Da unten sind angeblich alle tot. Umso besser. Nichts für die Ehre hier. So, Ruhe. Keine Schützen mehr. Oh, was soll ich jetzt machen? Ich sollte noch L'Veque retten. War der nicht hier irgendwo drin? Der ist nebenan, ne? Der war gleich nebenan. Das weiß ich noch. Ich hab mir Style. Das weiß ich noch.